Das Händel-Mozart-Jugendstipendium 2021 fand erneut unter Corona-Bedingungen statt. Zahlreiche Bewerbungen für das Stipendium mit den attraktiven Meisterkursen der Austrian Masterclasses in Schloss Zell an der Pram erreichten die Stadt Halle. Urkunden und Medaillen wurden versandt. Für Sachsen gewann die 19-jährige Nell Felber aus Dresden das Stipendium. Die 19-jährige Nell Felber begann im Alter von 10 Jahren mit dem Flötenspiel. Sie wird an der Musikschule des Landkreises Meißen unterrichtet und ist Mitglied im Landesjugendorchester Sachsen. Von Nell Felber leiten wir über zu Alma Czermak. Die 18-jährige Alma Czermak begann im Alter von 8 Jahren mit dem Flötenspiel. Sie erhält ihre Ausbildung am Musikgymnasium Schloss Belvedere Weimar und ist Mitglied im Bundesjugendorchester Deutschland. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Von Alma Czermak leiten wir über zu Leonore Gremm. Die 17-jährige Leonore Gremm begann mit 6 Jahren Violine zu spielen. Sie wird am Musikzweig der Latina August Hermann Franke unterrichtet und ist Mitglied in der deutschen Streicherphilharmonie. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020